Mein Name ist Christiane Walter, ich bin Ärztin für Psychiatrie und Psychotherapie. Ich leite als Chefärztin die Abteilung Rontopsychiatrie und Neuropsychiatrie des Asklepius-Fachklinikums in Göttingen. Schwerpunkt meiner Arbeit ist die Behandlung affektiver Störungen im Alter von Demenzerkrankungen. Wir haben stationäre Betten, eine Tagesklinik und behandeln Patienten auch in der Häuslichkeit im Rahmen der stationsäquivalenten Behandlung. Untertitelung des ZDF, 2020